Hallo Vanessa, ich bin hier live in Franzen Pristina 7, ich wollte nur sagen, ich liebe dir von ganzem, weg von Kamera! Meine Hund Rudi Beißen! Keine Chance, oh Kollege! Guckst du von ihnen in den Augen, wie Engel sieht aus! Rudi, schaust du in Kamera? Ja, du meine kleine Chenusche, hey Idiot! Rudi, 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 oh Gishte! Lass los da, Käuschein Neonen, wie soll ich arbeiten jetzt Baustehl mit kaputter Hand, oh Idiot, verschwinde! Guckst du in den Augen, sieht aus wie Teufel! Fressen! Von mir hat er gebracht, Pito und Misch von zwei Wochen, Remzia hat gemacht! Fressen! Frist du langsamer! Langsamer Tag, Käusche Neonen! Weg vom Finger, oh Kollege, ich schwöre dir, ich bombardiere dir! Hast du nicht so, musst du mit der Schatten rum? Du nix normal, du kleiner Arschloch! Zurück! Zurück, Rudi, keine Bewegung, ich schwöre dir, nur einmal Beißen, Abschiebung Kosovo oder Tierheim, kannst du auch hinlegen! Tag, Käusche Neonen, du nix normaler Arschloch! Dieser Hund, in seinem Kopf wie Karussell und in seinem Kopf auch behindert? Ja, was stimmt mit dem Rudi nicht? Ist er mit der Gesamtstation nicht zufrieden? Nein! Nein, dieser dumm! Rudi, Diagnose dumm! Problem war, wo Rudi klein war, einmal Bohrmaschinen gefallen auf seinen Kopf und er hat viel geschlagen! Guckst du von den Augen, sieht aus wie Teufel! Rudi, warte, fahrt mir! Hilfe dir! Weg von Rudi! Lass du Hund los, du Arschloch! Ööööö, Rocky Balbohe! Nix mit mir, oh, kolleg! Rudi, komm sofort nach Hause! Vi geh nach Kosovo! Du nix normal Arschloch! Diese kleine Hund! Die große Hund! Verschwinde! Hallo Herren und Damen, ich habe gemerkt auf Bastille, ich verdiene viel viel besser. Ich nix mehr Präsident. Danke.